Was wäre, wenn du plötzlich mitten in der Wildnis erwachst? Wenn du ganz alleine bist? Hallo! Ist hier irgendjemand? Na, heim! Wenn du nicht weißt, wie du die Nacht überleben sollst? Was wollt ihr von mir? Du würdest sehr bald merken, dass du mit bloßen Händen nicht mehr weiterkommst. Du würdest anfangen, deine Umwelt zu verändern. Du würdest töten müssen, um zu überleben. Oh mein Gott! Es wäre eine schreckliche Vorstellung. Doch andererseits wärst du dein eigener König. Doch während die Jahre vergehen und du immer weiter baust, werden auch dir irgendwann die Ideen ausgehen. Was soll ich denn noch bauen? Und jetzt wirst du anfangen, dich nach dem Sinn zu fragen. Ah, ah, aua, aua, ah, ha, 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 ha Wer bist du? Du hast noch lange nicht alles gebaut. Du wirst nie fertig sein.